ACH! So! Oh Gott! Wie wird zurück? Ja, ich kann das hier. So, Lieselings ist das nächste. Das ist ein Orgs, der einen anderen Ort ersetzt. Was wir noch erkunden müssen, ist dann noch das Niveau und Paradise Borms. Ich kann Paradise Borms, wenn sich die meisten freuen. Aber jetzt ist das erstes Mal jetzt hier Lieselings. Wo wahrscheinlich nicht gerade wenige Leute hier gehen. Na super. Das hat ja wieder einen Spaß. Wie kann man auch jetzt Golf spielen? Denn mit dem neuen Update kann man jetzt auch mit seinen vollen Golf und Bastemol spielen. Das habe ich selber gelesen. Ich bin ein wenig... ...interessant, sag ich mal. Das ist auch mal eine Idee, die ich nicht erwartet habe. Oh nein, ich bin der Einzige hier. Ich bin sicher. Ich bin sicher. ...ich bin sicher. Dann ist doch ein wenig glücklich. Hier. Ich bin sicher. jetzt bin ich will jetzt noch mal wieder das ist etwas gutes so als nächstes gehen wir dann 1 für das paar 3 oder das niveau ich werde wahrscheinlich das ist wahrscheinlich schneller sein als 3 glaub ich mir gut hängt jetzt halt auf dem battle bus ab der Fülle er hat sie in der Nähe von Düsseldorf wird sein oder in der Nähe von Paradeus ich bin mal gespannt Schlaufe nach oben es ist ich habe das auch schon angeschaut und auch so soviel zu dem thema verdammt hat sich viel geändert hier jetzt das hat sich echt sehr viel seit dem Anfang ich bin erst seit 10 3 dabei das in Artikel Veränderung mitbekommen doch das wird von diesen vier Schiffen das ist ich habe schon schon auf die 6 5 das wird eben Prozent Oktober sein glaube ich ja müssen und da ist jemand unter mir und da ist nicht nur sogar einer das sind mehr und da ist nicht nur sogar einer das sind mehr auch oh mein Gott alter ok links oh äh sorry ich habe auszusehen wie ich auf die Aufnahme wo ist der Typ wo ist der Typ hier oder ok ich bin so sneaky gerade da ok ich habe schon schon ok ok ich schaue auf und ich bin hier wo ist das ist Wo 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 wo? Ah hier ist jemand. Ich gebe den Treffen ey. schluss bürger zu verstrecken und sie zu spätig Ich lebe, ich lebe, ich lebe! Ja, kommt vor. 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 Wo ist der? Ist der oben auf dem Dach? Verdammt! Oh, ich bin so gar nicht gut. Manchmal fühle ich mich sehr gut, aber dann bin ich auch ein riesiger Lappen. Ach so, das hat nicht so voll sehr wie ich gedacht habe. Verdammt! Okay, dann schauen wir uns als nächstes noch das Niveau an. Verdammt! Ja, so. Schauen wir uns das Niveau an. Und ja. Ich glaube, das ist schon das Ende der Folge. Und die Aufnahme wird sich gleich wieder automatisch abbrechen. Spaß! Oh, wieso? Oh, das ist halt wirklich scheiße mit dem Aufnahme. Ja, super! Das Niveau ist gerade da drin auch kommt. Pff, mal ein bisschen Action kann man nicht schaden, ne? Oh je, das so schief geht für mich. Das ist schief, ich bin... So, vielleicht mal lernen durchzureden. Das wird wahrscheinlich ein schneller Tod für mich, wirklich ein schneller Tod. Ich glaube, in der nächsten Folge werde ich mich um die einzelnen Gebiete genauer umschauen. Also, nächstes Mal werde ich mir entweder Paradise Punch, das Niveau, der Sieglingerdorf oder lese sie links ganz alleine anschauen. Da werde ich nur dahin gehen und mir halt alles anschauen. Aber jetzt in der ersten Folge, wo es diesen Fünfer ist, als... Begon hat besser gesagt, will ich mich mal, äh, alle... Will ich mal euch alle Gebiete mal zeigen. Und danach will ich sie einzeln durchgehen halt. Also das Niveau werden wir wahrscheinlich mit einem anderen Gebiet sogar auch zusammenkriegen, in einer Folge. Gleich geht wieder die Folge. So, und warte, warte, und...